Der Ingeborg-Bachmann-Preis geht heuer an Tian Silla. Er galt schon vor der Preisverleihung am Sonntag in Klagenfurt als absoluter Favorit. Sein Text, der Tag, an dem meine Mutter verrückt wurde, konnte auch die Jury überzeugen. Ich hatte ein gutes Gefühl, zugleich konnte ich mir nicht sicher sein und habe dann auch gemerkt, die anderen haben auch sehr, sehr gute Texte geschrieben. Das heißt, ich war jetzt eigentlich vier Tage durchgehend angespannt, würde ich sagen. Ich war sehr nervös, weil ich gelobt worden war, aber nicht wusste, was das konkret bedeutet, wie es sich dann in die Entscheidung am Ende übersetzen wird. Ja, es war stressig. Es ist wirklich herausfordernd. Toll, wirklich toll, aber herausfordernd. Also nichts für schwache Nerven, wie man sagt. In seinem Text arbeitet der gebürtige Bosnier das Kriegstrauma seiner Familie auf.